Ein Päckchen von Udo. Schnelles Unboxing. Das ist wirklich Heavy Duty. Der Anschluss ist so schön. So schön. Das Ding ist scharf. Das ist wirklich scharf. Die Hülle hat innen drin eine Verstärkung. Schön, sitzt stramm. Zum Vergleich mit dem Opinel Nummer 12. Ein paar Millimeter längere Klinge. Einen etwas kürzeren Griff. Aber natürlich das ist Heavy Duty. Was sind das für Millimeter? Oben sind es 5 Millimeter dicke Klingenstärke. Und hier nur der Grad sind schon 3 Millimeter. 2,5-3 Millimeter. Im Verhältnis zum Opinel 3 Millimeter durchweg bis auf die letzten paar Zentimeter. Ja, schön. Danke Udo. Ein rostfreies Messer. Griffig. Wie immer. Schöne Paracord Wicklung. Ja. Damit denke ich sollte man auch übertonen können. Auch da am See, wo ich öfter mal unterwegs bin. Vielen Dank. So, nehmen wir es mal so. So. Das kleine Udo Poco da mal ist die Tischen daneben dran. Das kleine der Der tight. Und das